Ich kenn den bei noch ein paar... Oh, da ist man in Ruhe. Hier unten. Noch eine? Jo. Das liegt wohl dran, dass die World of Small geschehen ist. Ein Hesti-Uglet oder so. Was? Keine Ahnung, was hier Movement Speed bringt. Aha. Naja, wie auch immer. Ich fahr einfach ein paar Bäume ab hier. Kannst ja gleich drauf einschauen. Klimi gehen wir Höhlen erforschen. Jo. Baum. Ah, schon Ende. So. Baum. Es regnet Holz. Ja, wie wärst du, wenn du das auch einsammelst? Nein, unwichtig. Okay. Unwichtig. Ich kann das nicht mal einsammeln, ich hab schon zu viele Movement da. Es geht nicht mehr in mein... Wieso hab ich plötzlich so viele im Inventar? Zauberei, würd ich mal annehmen. Also, ich, äh, werf einfach mal ein bisschen Zeug weg, was ich hab. So, ein Giftpilz oder sowas. Daniel hat schon alles eingesammelt. Ich hab drei Stühle. Wieso hab ich drei Stühle im Inventar? Woher kommen die? Was ist denn da immer drin? Ich hab zwei Goldfische. Restore 20, äh, live. It's smiling. Might be a good snack. Ja, super. Wenn mein Essen lächelt, dann ist es gut. Logisch. Was? Ja, das steht da. Der Goldfisch lächelt, also könnte es ein guter Snack sein. Klingt logisch. Mies. Yeah. So. Ich hab auch ein wenig Gel mitgebracht. Daraus können wir doch dann fackeln können. Da unten ist wieder ein Fisch. 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 Fisch tot. Und jetzt ess ich ihn. Weil es offensichtlich ein guter Snack ist. Wobei, ne, behalten wir ihn mal. Was machst du da? Wurfmesser. Das sind Messer, die darfst du nicht werfen. Das tut weh. Die könnten ins Auge gehen. Ja, Messer. Ah, Hilfe. Hä, Hilfe. Hä, ich tanze! Messer trefft mich nicht. Ah, Mann. Du kriegst mal ein paar Almosen. Mein Gartenschleim hat den Hase zerfetzt. Total. Cool. Also, ich baue mir jetzt erst noch ein paar. Scroll schneller. Dankeschön. Ein paar Fackeln. Hast du die Stühle noch? Ja, drei Stück. Gut, ich hab auch noch acht oder so. Wo soll ich die hin machen, die Stühle? Ja, ich würd nur sagen, in die Räume. In jeden Raum einen, ne? Ja. Ich hoffe, das passt irgendwie auch. Zack. Die Stühle müssen nicht zwangsläufig vom Tisch stehen, oder? Äh, nein, ich glaube nicht. Die können auch einfach hinterm Tisch stehen. Okay. Okay. Da gibt's zwar keinen Sinn, aber wir brauchen nur NPCs. Richtig. Da brauchen wir keinen Sinn. Yeah, ich baue jetzt eine Toilette, Mann. Ich hab... was? Ich hab... was? Musst du die Stühle mitten in den Raum platzieren? Warte, ich hab schon... Ich hab ganz viele Tische gemacht. Ich hab ganz viele Tische gemacht. Ich hab Tische gemacht. Auch Tische. Nein, ich hab zu viele Tische. Oh, das ist jetzt unsere Toilette hier. Dann zieh ich jetzt alle aufs Dach, die ganzen überschüssigen Tische. Jetzt gib meine Axt wieder. Sekunde. Kann man Tische auf Tische stellen? Nee, leider nicht. Verdammt. Aber man kann drauflaufen. Ja, der Teich hier könnte auch noch ein paar Tische gebrauchen. Genau. Da. Ich hab auch noch welche. So. Alter, was macht ihr schon wieder, Mann? Tische. Tische für die Fische. Okay. So. Alles klar. Hast du keine Höllenschmiede? Hm? Höllenschmiede? Nee, hab ich nicht dabei. Oh. Holen wir uns gleich. So, ähm. Also Stühle haben wir aber noch nicht in jedem Raum. Da ist ein Klo im Raum. Das ist das Wichtigste. Und da fehlt ein Tisch in dem Raum. Da muss ein Tisch hin. Ey, ich hab schon mal. Jetzt gib mal meine Axt wieder. Da sind mehrere Räume, wo Tische fehlen. Hier zum Beispiel. Alter, das sieht so ein Mann scheiße aus. In jedem Raum ist ein Tisch und ein Stuhl außer in einem. Da ist ein Klo. So. Klo und Tisch. Genau. Klo wie ein Stuhl. Hoffen wir es mal. Wir gucken, ob ich jemand einziehe. Das ist aber ganz praktisch. Du hockst auf dem Klo, während du auf dem Tisch hockst und frisst. Oben rein und oben raus. Ist das ekelhaft. Ja, ich bin nicht der Schlimme, derjenige, der das Klo da reingestellt hat. Oh, Clemi. Clemi, ihr Mensch. Also, echt jetzt. Du hast wieder einen Raum vergessen, Dani. Wieso hab ich was? Ach, du machst die Fackeln da rein. Ja. Ja, dann mach ich jetzt noch ein paar Stühle. Mal gucken. Wenn ich wieder zu viele Stühle mache, dann kann ich die wieder in die Wildnis stellen. Gib meine Axt wieder her. Erstmal die Stühle. Ja, genau. Du hast mir die Axt aber geschenkt. Nein, hab ich nicht. Doch. Du hast gesagt, gib mir die Axt dir und dann hab ich sie wieder ausgegeliehen. Du hast sie mir gegeben. Nein, hab ich nicht. Doch, hab ich aber nur ausgegeliehen. Hast du schon vergessen, wie man mich nennt? Ja, den Egoisten. Jetzt gib her. Richtig. Nee, nicht ja. Du hast sie eben nicht vergessen. Also, hättest du Nein antworten müssen. Stell dir mal aus so einem Stuhl aus. Wollen wir dich in einer Tulle nach unten graben? Tom? Ich hab noch ein paar Zusatzstühle. Da krieg ich hier ein paar so zwei Stühle. Zack. Tom? Stuhl. Ich frag mich, wer hier diesen Raum mit der Toilette benutzt. Und so zwei Stühle noch gegenüber. So ein Publikum oder was? Tom? Publikum. Oh mein Gott. Ja, was ist kleben? Ja, wollen wir jetzt wieder so einen Tunnel nach unten graben? Also die Hellwurst? Ja, können wir gerne machen. Der Raum hier ist ganz passend. Eigentlich brauchen wir gar kein Klo. Siehst du, wir können den Tunnel als Plumpsklo nehmen. Ja. Und anschließend kotest du da unten einen riesigen Skelettwurm an. Dann kommt er nach oben. Ich denk nicht, dass das dem Skelettwurm irgendwas ausmacht. Wem schmeckt das? Leut. Ach, er will's doch auch. Der Skelettwurm. Oh. Ähm. Was haben wir denn hier alles? Ich muss mir hier mal... Gibt man Axt wieder? Nein. Doch. Nein. Komm. Ich nehm rechts. Ich weigere mich. Ich nehm links. Ich nehm mit. Weeeeyyyy. Effizientes Buddel. Yeey. Sind wir bald da. Nadio bist zu langsam. Zumindest nur mehr. Sind wir bald da. Oh, das ist Kupfereisenressort. Das Traurige ist, es dauert wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit, bis wir da sind. Ist das eine Small Map, oder? Ja. Oh, das Eisen. Ja, immerhin ist es ein Small Map. Also, ich zieh mal den tiefen Messgerät an hier, dann weiß ich immerhin, wie tief wir sind. Ist das ein GPS oder nur dieses Deathmeter? Ich hab nur das Deathmeter. So. Das haben wir doch wegen dem Dschungel damals gebaut. Ja, stimmt. Damit wir wissen, wie hoch wir graben müssen. Oh, gute alte Zeiten. Oh ja, die Füten in der Nähe. Wie wir stundenlang nach dem Dschungel gesucht haben. Wir hatten so viel Spaß dabei. Oh ja. Wir ertrinken gerade übrigens. Okay, kein Problem. Vorbei, vorbei, vorbei. Keine Verbindung. Nein, eine Verbindung. Ah. Ich geh mal kurz Luft schnappen. Ich auch. Luft. Hey, Luft. Du dazwingst gleich. Oh jo. Oh jo. Passt. Ist in Ordnung. So, weiter geht's. So, ich glaube, wir brauchen ein neues Luftlob. Wir trinken gleich. Oh mein Gott. Ah, atmen. Ah. Ja. Yay, Abfluss. Yay, Abfluss. Nehme, direkt das ganze Wasser mit zur Hölle. Können wir gut obsidieren. Abfluss. Oh, da unten ist ne Pilzer. Yeah. Wir sind verrutscht. Ja. Clemy, du musst zur Seite eins. Das werden wir im Nachhinein bereuen. Runterfall, runterfall tot. Obwohl, haben wir alle Lucky Hors schon? Äh. Gut. Ich schon. Toll, Alter, wie groß sind die geworden. Fils farm. Warte mal, ich muss mal. Ich, ich tu mal kurz hier Begrading in unseren Gang. Das ganze Wasser. Wasser weg. Na, ich komm nicht mehr mehr nach oben. Ich mach mal schnell den Wasser. Settle. Settle. Forcing water to settle. Das ist doch praktisch so ein Serverbefehl. Komm schon, Wasser. Komm schon, Wasser. Wasser. Dankeschön. Oh mein Gott. Lol. Legs. Wenn ich hier runterfalle, dann. Ja, passt. Mein Gott, Mutterschleim. Leute, ich bin wieder buddeln, Leute. Ja, Sekunde. Und ich bin grad da, wo du buddeln musst. Da, wo ich steh, musst du buddeln. Ich mach hier die Mitte. Hast jetzt nachgeguckt, ob wir verbrüßt sind? Ich hab richtig. Du musst dir sein, ob der dann Luftschweb noch. Nein, das ist dein. Dani. Ja. Da unten ist eine Quale. Oh mein Gott. Töten, 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 töten. Das ist eine Quale. Töten, 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 töten. Alle, wie das aussieht, Mann. Wie eine richtige Fräse. Ja, natürlich. Das ist ja auch eine Fräse. Oh. Das ist die Fräse. Säge. Säge. Gold, yeah. Scheiß drauf. Echt. Oh, Herz und Däger. Das ist so vieles Thema Plumpsklohle. Nur wirklich draufschleißen. In so einem komisches Erd. Nein, Wasser. Ah. Hölle, sind wir bald da? Ich hol mal Luft. Wee. Uh. Du bist in die Hölle. Hölle, 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 Hölle. Flup, 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 flup. Ah, Mutterschleim. Mutterschleim. Mutterschleim, ey. Wir müssen erst mal gucken, dass wir richtig sind hier wieder. Du hast Blöcke ausgelassen. Gut. Hab ihn das Tiefe. Oh, oh. Ich jetzt nicht bei euch. Scheiße. Nein, hier ist kein Luftloch. Oh. Aha. Ich hab Luft. Ich bin glücklich, dass ich Flip-Aus anhab. Yeah. Wir haben ja auch ein extra Luftloch gemacht. Achso. Und du? Verschwendest kostbare Aufnahmezeit. Ah. Wir sind nicht verrutscht. Okay. Wenn du das sagst. Ich glaube jetzt, wir sind noch verrutscht. Warte mal kurz. Nein, alles passt. Dann ist er gut. So. Und das hier sind meine. Clemy, auf deiner Seite sind einige nicht kaputt. So. Wirklich? Ah. Luft. Du findest keine Luft, wenn du einfach nur im Kopf gegen die Decke kommst. Ich hab Luft gefunden. Echt? Ja. Krasser Typ, ey. Oh, der ist naber. Oh, ich bin gleich tot. Oh, really? Luft. Ich hab's grad mein Luftbecken kaputt gemacht, Clemy. Wah, wah, wah. Lava, yeah. Wir sind härter. Ja. Genau genommen, das Stein auch noch so ein bisschen, klein bisschen härter wie wir. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass wir langsam auf Lava stoßen. Äh, ja, da unten ist ja auch Lava. Ich will Hölle. So, krasser Typ, ey. Ah, Luft, 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 Luft. 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 Ich hab Luft. Ah. Oh mein Gott. So fahren wir mal ein bisschen Obsidian hier, oder? Nein. Ah, nehmen wir die Luftwertes, warte, jetzt sind wir verrutscht. Ne, brauchst schon Obsidian hier. Wir müssen auffassen, dass wir nicht in die Lava fallen. Ach, Quatsch, passiert schon nicht. Ja, Lava ist ja auch nicht so schlimm. Eben. Ist nur ein bisschen arm. Macht nur 70 damage. Das ist voll heftig, dass man sich jetzt nicht mehr so viel heilen kann. Oh, das regeneriert total schnell. Clemy, du fehlst noch. Ja, ich weiß, ich muss da aber gerade eben Luft schnappen. Das ist nicht in Ordnung. Okay. Nächstes Mal bitte ertrinken. Okay. Clemy, hast du nicht zugehört? Du bist schon wieder Luft schnappen gegangen. So kann man das nicht weitermachen, ja. Ich glaube, ich muss die Aufnahme abbrechen. Soll. Jetzt sind wir bald da. Wir nähern uns langsam. Oh, oh, da ist gut. Wir machen, wir machen jetzt hier so. Ah. Ja, alles, alles gut hier, alles gut. Alles gut. Alles gut hier. Ja, gut. So. Komm schon, Hölle, jetzt sei doch mal da hier. Es ist nur eine Small World. Wir sind schon 1300 feet below. Oh. Nein, ich müsste die Hölle jetzt sehen. Moment, komm, 1500 ist glaube ich Hölle bei einer Small World. Ja, da. Oh, ich hatte recht. GZ. Wobei ich immer noch nichts sehe, weil ich den kleinen Bildschirm aufnehme. Weil es ja cooler ist und so. Hölle. Ich wippe uns jetzt einfach durch. Kack noch auf Luft. Er braucht schon Luft. Tod, Tod. Okay, Luft. Ja, mit Luft. Luft. Ah, okay. Äh, brauchen wir Wasser? Nach unten, nach unten. Tötet das Mistviech. Weiter nach unten, 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 weiter nach unten.